So, da es hier gerade auf Halloween zugeht und grün leuchtende Pampe sowieso geiler Scheiße ist. Einmal Uranin. Ja, ok. Einmal spiegeln wäre ok. Das Zeug ist eigentlich viel harmloser als es klingt. Kann in geringen Mengen sogar getrunken werden. Und das geile ist einfach die extrem geringe Menge von dem Zeug, die man braucht, damit sich etwas verfärbt. Hier jetzt einmal mit einem halben Liter. Und einmal umrühren, damit es hübscher aussieht. Laut eigentlicher Angabe benötigt man für einen Liter gerade mal 0,1 Milligramm. Für eine richtig schöne giftgrüne Verfärbung. Die auch noch bei UV leuchtet. Die auch noch bei UV leuchtend schützt. Und ich mache jetzt einen schiten, ähnliche Materialien. Und ich mache jetzt richtig viel zu einfach bloß. Jetzt habe ich aber auch mit dem anderen Blitz und auf dem anderen Blitz. Und jetzt leuche ich euch noch mit dem Hübscher schützt. Und ich mache meine弓en. Und ich mache diese alles wieder. Und ich mache das jetzt 6 Jahre. Also, ich mache das jetzt die Dinge, die Blitzel zu ver curricern. Und ich mache das ja, das was die Zache.